Ein knackiger Antritt, ein satter Linksschuss und dann die berühmte Blitzjubelgeste, Jamaikas Leichtathletik-Legende Usain Bolt hat sein erstes Tor im Profifußball erzielt und gleich gebührend gefeiert. Bei seinem Startelfdebüt im Testspiel seines australischen Klubs Central Coast Marinas gegen den unterklassigen Verein MacArthur Southwest United traf der 32-Jährige in der 57. Minute zum 3 zu 0 und ließ später auch noch das Tor zum 4 zu 0. In Stand 68. Folgen erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DRZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Dies wird als eines der denkwürdigsten Spiele des australischen Fußballs in die Geschichte eingehen, twitterten die Marinas nach Schlusspfiff voller Überschwang. Bolt selbst teilte mit, bei meinem Debüt zu treffen, ist ein gutes Gefühl. Ich bin froh, ein Mariner zu sein, und gebe mein Bestes, um ins Team zu kommen. Es ist schön, der Welt zu zeigen, dass ich mich verbessere. Usain Bolt trifft per Linksschuss und per Abstau berüber den wahren Leistungsstand. Bolt, der sich den Traum von einer Profikarriere im Fußball erfüllen will, gab der Doppelpack aber wenig Aufschluss. Der 100- und 200-M-Welt-Rekordler tankte sich bei seinem ersten Treffer zwar sehenswert durch, profitierte aber von einem Patzer des MacArthur-Torwarts. Bei Tor Nummer 2 musste Bolt nur noch aus kurzer Distanz den Ball ins Gehäuse schieben, nachdem sich Keeper und ein Abwehrspieler gegenseitig über den Haufen gerannt hatten. Marinas Trainer Mike Malwey hatte angedeutet, dass sich Bolt mit einer guten Leistung gegen MacArthur für einen Platz im Kader empfehlen könne. Zentral Kost startet am 21. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei Bristenroher in die neue Saison der Ligue. Mehr zu Usain Bolt